Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute geht es weiter und zwar wollen wir uns heute eigene Eigenschaften definieren. Das ist einfach nur das ganz normale Template, relativ simpel und wir haben jetzt hier einfach nur einen normalen Paragrafen mit Hello Angular drin. Und ja, wir wollen jetzt eine eigene Eigenschaft erstellen. Das bedeutet, wir hatten schon sehr, sehr viele Dinge gesehen, wie zum Beispiel hier SRC drin oder ja, solche Dinge halt. Und sowas kann man auch für Komponenten definieren. Das heißt, ich kann für meine Video Component sagen, hey, der Tag hat diese und diese und diese und diese Eigenschaften und ja, das kann ich tatsächlich machen. Jetzt brauchen wir allerdings hier drin nochmal die AppComponent.html, denn hier haben wir das AppVideo verwendet. Und genau hier können wir natürlich auch solche Eigenschaften verwenden. Wir können jetzt nicht neue Eigenschaften für einen Link schaffen, denn das Ding ist einfach fest. Das ist von vom Standard vorgegeben. Wir können hier auch nichts Neues für Image oder für H1 oder sowas erstellen. Jedenfalls nicht so ohne weiteres, sondern wir wollen hier einfach für AppVideo, für den Tag, den wir schon neu geschaffen haben, durch unsere Videokomponente hier, dem können wir jetzt natürlich auch noch sagen, hey, du hast eine Eigenschaft und die sieht folgendermaßen aus. Und ja, jetzt können wir hier einfach hergehen, wieder mal die eckigen Klammern, wie wir es eben bei SRC oder bei Image oder sowas auch alles gemacht haben. Und jetzt sagen wir einfach, okay, wir brauchen eine Eigenschaft, wie zum Beispiel Eigenschaft. Wow, ich bin heute so einfallsreich, finde den nicht auch. Und ja, diese Eigenschaft setzen wir jetzt einfach mal für diesen Tag hier. Achtung, nur für den hier. Das kann bei jedem natürlich anders sein. Wir müssen sie nicht setzen, wir können sie auch anders setzen und so weiter und so fort. Die setzen wir jetzt hier einfach mal auf Foo. Ach, komm schon. Hier rein natürlich. Also in Anführungsstrichen. Wenn ich die Anführungsstriche hier weglasse, dann sucht dieses Script hier oder dieses Ding, sucht dann in App.Component.TypeScript nach, wie haben wir es genannt, nach Foo, das ich hier exportiert habe. Was ich aber natürlich nicht habe, was ich zwar machen könnte, klar, aber wir nehmen jetzt hier einfach mal der Einfachheit halber einfach so einen ganz normalen String Foo, auf den diese Eigenschaft gesetzt wird. So, und zwar von unserem Tag App Video. Das könnte zum Beispiel jetzt ein Link sein zu genau diesem Video, den wir woanders einfach ausgelesen haben. Und wir wollen einfach dieses App Video hier benutzen, so. Und sozusagen wie ein Parameter, den man erst einfach irgendwann zur Laufzeit benutzt und der sich auch ständig ändern kann. Denn das Ding hier ist ja natürlich manchmal auch eine Variable aus App.Component.TypeScript, habe ich gerade schon gesagt. Und die kann sich jederzeit ändern. Okay, aber das ist erst der erste Schritt. So benutzen wir eigene Eigenschaften. Jetzt müssen wir die aber irgendwie noch in unserer Video Component, also in dem Ding, was dieses App Video hier definiert, müssen wir die ja auch noch festlegen, was das genau sein soll. Denn ansonsten haben wir zwar eine Eigenschaft gesetzt, wir wissen aber nicht, was wir da eigentlich gemacht haben, beziehungsweise vor allem unser Browser weiß es nicht. Und das wäre fatal. So, und um das machen zu können, müsst ihr hier oben was Neues importieren. Und zwar, es kommt auch aus AddAngularCore, das heißt, wir können hier einfach hinten dran ein Kommo machen und das Ding, was wir suchen, nennt sich Input. So, das hat nichts mit einem Inputfeld oder sowas zu tun, das ist wirklich nur für diese Eigenschaften da und ist ein sogenannter Decorator. Ein Decorator macht etwas mit dem, was man hinten dran angibt und in etwa genau das ist es auch. Wir haben hier ein AddInput, deswegen dieses Add, weil es eben ein Decorator ist. Hier unten gibt es auch den InputDecorator, aber den brauchen wir nicht. Und dann zwei Klammern hinten dran, weil es ja eigentlich eine Funktion ist. Und ja, wir wollen jetzt hier hinten dran diese Eigenschaft definieren. Das heißt, wir müssen denselben Namen benutzen, AddInputEigenschaft. Das hier und das da muss dasselbe sein. Also, das ist sozusagen wie, ich habe mir jetzt sozusagen meinen eigenen Tag hier mit AppVideo durch meine Komponente definiert. Das ist jetzt zum Beispiel ein Link wie A. So, das ist jetzt sozusagen mein A und jetzt habe ich hier definiert, okay, das Ding ist ein href. Das gibt mir sozusagen meine URL an, wo das Ding landet. Nur, dass halt niemand vorher diesen Tag jemals gesehen hat, weil ich ihn mir selber definiert hat. Also kann ich das Ding nennen, wie ich möchte, zum Beispiel auch Eigenschaft. So, und der Wert von diesem Link, naja, das ist hier zum Beispiel htps-angular.io slash tutorial. Hier ist es jetzt tatsächlich einfach nur Foo für mein AppVideo. Und das bekomme ich natürlich hier jetzt gesetzt. Das heißt, ich kann hier machen, was ich möchte mit dieser Add-Eigenschaft. In unserem Fall zum Beispiel kann ich auch folgendes machen. Jedes Mal, wenn ich auf mein AppVideo draufklicke, sprich auf mein Paragrafen im AppVideo, den wir schon vor ein paar Videos gemacht haben, dann möchte ich ein Alert mit dem Inhalt dieser Eigenschaft machen. Das ist jetzt erstmal relativ sinnfrei. Ich möchte euch aber in Demonstrationszwecken zeigen, was da drin steht. Und deswegen machen wir einfach ein Alert und geben eben this.eigenschaft aus. Denn wir arbeiten ja hier gerade in einer Klasse, in einer TypeScript-Klasse. Das heißt, wir können hier auch this benutzen. Und this.eigenschaft ist natürlich genau diese Eigenschaft. Und ja, das stört mich. Komm, verzieh dich. Okay, jetzt ist besser. So, und jetzt ist es wieder da. Na toll, egal. Auf jeden Fall können wir jetzt hier mit dieser Eigenschaft arbeiten. Und das sieht folgendermaßen aus. Wenn ich jetzt das Ding hier habe, die Konsole brauchen wir eigentlich gerade gar nicht. Wenn ich jetzt hier draufklicke, naja, dann wird mein Input, äh, mein Klick-Händler benutzt. Und es wird diese Eigenschaft ausgegeben. Was ist denn diese Eigenschaft? Ja, die haben wir hier nirgendwo definiert. Seht ihr hier irgendwo eine Definition dazu? Nö. In video.component.html steht auch nichts von dieser Eigenschaft drin. Die haben wir nirgendwo definiert. Die kommt von demjenigen, der unsere Komponente benutzt, also wirklich einsetzt. Das hat der definiert und zwar in der App-Component.html hat er hier einfach gesagt, hey, das Ding wird auf Foo gesetzt und damit kannst du dann irgendwas machen, du liebe Komponente. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann bekommen wir erstmal gar nichts. Und was natürlich daran liegt, dass ich den Input-Händler nicht festgelegt habe, den wir vor ein paar Videos mal benutzt haben und jetzt mittlerweile nicht mehr. Das heißt, ich mache das noch ganz kurz. Ich mache einfach nur, dass wenn man auf diesen Paragrafen draufklickt, dass dann eben diese Eigenschaft angezeigt wird. Und ja, im Endeffekt ist das alles, was ich machen muss hier, wie haben wir ihn genannt? Click-Händler, My-Click-Händler, My-Click-Händler haben wir ihn genannt. So, also wenn ich jetzt auf den Paragrafen draufklicke, dann passiert auch was und wir sehen hier, es wird angezeigt Foo. Ja, der Weg ist jetzt zu diesem Foo relativ komplex gewesen. Klar, wir hätten auch einfach Foo ausgeben können, aber der Sinn ist natürlich, dass wir uns eigene Eigenschaften definieren konnten. Und mit denen können wir jetzt hier in der Klasse machen, was wir wollen. Wir können sie verarbeiten, wir können irgendwas dran verändern. Vielleicht ist das auch einfach tatsächlich ein Link, wo ich dann weitere Informationen bekomme. Das heißt, in meiner TypeScript kann ich jetzt zum Beispiel sagen, hey, das hier ist ein YouTube-Video-Link, wie zum Beispiel zu diesem Video hier. Und ich kann zu diesem Link ein Video anbieten. Das heißt zum Beispiel, sehen wir jetzt hier auf, in dieser Komponenten genau ein Video, hier drin meine ich natürlich, sehen wir hier ein Video mit genau dieser URL, die der benutzende, also App-Component angelegt hat. Das wäre ein Anwendungsszenario, ist aber wirklich nur eins davon. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Okay, und das ist natürlich sehr, sehr cool und ja, verdient es natürlich auch erwähnt zu werden. Okay, das war es von meiner Seite schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.